Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke von den Linken teilt er heute mit, dass er sieben Männer aus Syrien, Pakistan und den Palästinenser-Gebieten ausweisen will. Sie gehören zu der Gruppe von Asylbewerbern, die für eine ganze Reihe von Straftaten verantwortlich sein soll, auch für den Angriff auf den Frosch-Club vor drei Wochen. Ob und wann es zur Ausweisung tatsächlich kommt, das kann sich lange hinziehen. Fest steht, dass Wilke für sein Vorhaben Beifall und Kritik bekam. Allerdings wirft seine Begründung teilweise auch Fragen auf, wie Michael Lietz zeigt. Oberbürgermeister Wilke will ein Zeichen setzen und leitet die Ausweisungsverfahren ein. Das Gastrecht habe verwirkt, wer sich gravierend fehlverhält. Begründungen für Fehlverhalten liefert er bereits letzte Woche, im Interview mit dem Radiosender Pure FM. Das spricht ja von einer extremen Situation für das Personal in der JVA Wrietzen, wegen der in Untersuchungshaft einsitzenden Syrer. In Wrietzen im Gefängnis haben die Therapeuten und Tromotologen ihre Arbeit niedergelegt, weil sie Angst um ihr Leben haben. Der Anstaltsleiter der JVA Wrietzen erklärt telefonisch, die Behauptung des Oberbürgermeisters sei Quatsch und Mist. Und das vorgesetzte Justizministerium teilt uns schriftlich mit, es hätten keine Sozialarbeiter der Vollzugsanstalt aus Angst vor Übergriffen von Gefangenen ihre Arbeit niedergelegt. Wir konfrontieren den Oberbürgermeister damit und er räumt ein, Informationen ohne sie auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen, weitergegeben zu haben. Sie können davon ausgehen, dass wenn ich etwas sage, ich dann schon auch geprüft habe, ob die Quelle, von der ich das habe, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist. Und trotzdem kann es passieren, dass dann Dinge herangetragen werden, die nicht korrekt sind. Wenn das in dem Fall so war, muss ich mich dafür auch entschuldigen. Und es gibt weitere offene Fragen. In Interviews vor einer Woche auf Antenne Brandenburg und für RBB24 macht der Oberbürgermeister Inhalte aus Verhören öffentlich. Ich nehme jetzt wahr, dass es da auch keinerlei Schuldbewusstsein gibt bei denjenigen, sondern eher ein Rechtfertigen ihrer Taten und immer noch die Überzeugung, dass es genau richtig war. Und das bringt das Fass für mich auch wirklich zum Überlaufen. Wilke verstößt damit, möglicherweise gegen den Datenschutz. Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren gehören nicht in die Öffentlichkeit, sagen Juristen wie Dieter Bollmann. Als SPD-Mitglied hatte er den Linken René Wilke im Wahlkampf unterstützt. Seine neuerlichen Aussagen kann er nicht mehr teilen. Da hat Ubi Wilke die Meinung vertreten, das sind böse Menschen. Also erstmal mein Standpunkt ist, es gibt keine bösen Menschen. Es gibt Menschen, die sich unzulässig verhalten, die sich strafbar verhalten. Und aus Ermittlungsakten in die Öffentlichkeit zu ziehen, halte ich zumindest für höchst bedenklich. Wilke bestreitet Einsicht in Ermittlungsakten gehabt zu haben. Ich werde natürlich nicht sagen, woher ich Informationen habe. Ich kann nur sagen, dass mit einem Obergemeister und viele sprechen. Unterdessen werden neue Details zum Überfall auf diesen Musikclub bekannt. Auslöser war wohl ein Streit zwischen Syrern und Deutschen. Darunter waren offenbar vorbestrafte Neonazis. Was wir wissen ist, dass es eben wie auch immer gearteten Konflikt, ich war nicht dabei, wie auch immer gearteten Konflikt zwischen den Rechten und den späteren Tätern gab. Und dass dabei auch rassistische Beleidigungen gefallen sind. Das heißt aber für uns nicht, dass das deswegen die Tat legitimiert. Es gehört nur zum gesamten Kontext dazu. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt, dass zumindest einer der Beteiligten der rechten Szene angehören soll.